Jeder von euch schickt in den Discord seinen wertvollsten Gegenstand. Das muss nicht euer teuerster Gegenstand sein, den ihr besitzt, sondern der Gegenstand, der für euch am meisten Wert hat, persönlichen Wert. Zum Beispiel, Chat, mein wertvollster Gegenstand, den ich besitze, ist mein PC. Ihr seht ihn jetzt zwar nicht, aber mein PC da unten, weil ich mache mit meinem PC alles. Pause, no diri. Ich brauche meinen PC zum Streamen, ich brauche meinen PC zum Videos schneiden, ich brauche meinen PC zum TikTok Clips machen, Videos schauen, zum Schaffen, zum Gamen, zum Gamen. Ich mache wirklich alles auf meinem PC. Von dem her, mein wertvollster Gegenstand ist mein PC. Ohne meinen PC würde jetzt der geklaut werden. Ähm, ja, wäre wirklich nicht so schön, Alter. Wäre wirklich nicht schön so. Wir haben da einmal die Bible, hä? Tabius, Tabius. Tabius! Ich hoffe auch, du lest die Bibel, hä? Ähm, wirklich sehr nice. Ich glaube, du bist ein Gläubiger. Ähm, und, äh, ja, sehr, wirklich sehr nice, hä? Gott spricht heute. Euphimi, es ist nie zu spät. Ähm, eine Connection anfangen mit Gott, von dem her. Ähm, jemand, hä? Am Anfang hat das Auto ihnen geschickt. Hm, was ist das, was ist das für eine Marke? Abarth, Abarth, okay, 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 okay. Drecks, Abarth. Nein, ich sage ehrlich. Mirko, ist das dein erstes Auto? Das ist jetzt so ein chillig, so ein, so ein, so ein erstes Auto. So chillig, weißt du, tranquilo. Ist das erste Auto, ja. Äh, ist hart, ich sage ehrlich. Ist fire. Als würde mir jetzt jemand so einen, so einen schenken. Ah, take it. Ah, take it. Loke Frauenauto. Fuck it. Wenn dein Auto nicht würde, wenn, das, wenn ich das Auto nicht rein schicken würde. Okay, mir kommt Stream offen. Serap, Serap ist, ist clean, Alter. Aber wieso hat dein Arsch ein Gaming PC PC und ein Gaming Laptop? Brauchst du das alles? Like, god, damn. Bro, zweimal Gaming, Bro. Come on, Cory. Bro, halt noch Laptop von früher. Okay, okay, okay. All good, all good, oh, all good, oh. Ähm, yeah. Zwei Bildschirme, Gaming PC. Auch mit dem Licht ist geil. Webcam da. Ist tough. No way, ja. Ho, ho, ho. Tja, ist das real? Ist das real, Alter? Nein. Ich sag ehrlich, das muss, also, weil ich kenn schon, aber Panda, Panda By Chains sind nicht so am Bassen, Alter. Bro, schau, wie die, die Diamanten sind am Tanzen, Bro. Oh, damn. Muss fake sein, oder Millionär? Bro, die sind am Tanzen, Bro. God, damn. Nein, das ist immer der Fall. Es ist hart, es ist hart. Ey, Fahrik, falls, äh. Falls, äh. Falls irgendwie mal die Chained brauchst, so. Ey. Ich bin immer da, Bro. Kannst mir sonst gerne mal auslehnen, so, Type Shit. Da kann ich mal so im... Im Ausgang, oder so. Kann ich mal mit den Chains rumlaufen, so. Ich fahre mich, falls du brauchst, so. Yeah. Okay. Meist Moisanite. I would say, aber valid for sure. Bro, this chain is hard, Bro. Die Diamonds. Ohhhh. Nein, nein, nein. Der Shit muss real sein. Ähm, was haben wir da? Und sonst halt da aber nichts Spezielles. Ein Audi. Ich kenn mich halt gar nicht aus so mit so Audi, mit Autos so. Ich sag ehrlich, also was ist das für ein Modell? Kennt sich jemand mit Autos aus von da rein? Ist halt ein A3. Okay, voilà? Okay, okay, okay. This is tough. Naja, Engola, Bro. Autos ist Autos. Ich sag ehrlich, Bro. Autos ist Autos. Das wichtigste Chat am Auto ist in die Soundanlage. Wenn du, wenn du am Morgen ins Auto rein gehst, du fetzst einen Drake-Song an, und der Sound tut dich so wach machen, er turnt dich ab, so. Dann weisst du, du hast einen guten Kauf gemacht mit dem Auto. Mechor hast du endlich noch... Nein. Ich habe immer noch keine Autoprüfung. Je. Rückbrang hast du gut die Schiene, Bro. Sagt dir ehrlich, kann ich jedem empfehlen. Ja. Ja. Match worn und persönlich signiert mit Fotobeweis nach seinem Hedrick gegen Tottenham vor zwei Jahren. Ronaldo-Shirt gesigned, Alter. Das ist ein Investment, Alter. Das ist Lokis Investment. Bro, das verliert nie vor allem, wenn Ronaldo die Karriere aufhört. Bro, trust me, diesen Schritt musst du behalten. Wenn Ronaldo seine Karriere aufhört, zehn Jahre nach dem verkaufst du es, Bro, 50k. Lokis. 50k, Bro, trust me. Weil wenn er nicht mehr shootet, das heisst, er signiert keine Shirts mehr. Und dann, der Preis geht hoch, weil jeder Wette eins, weil jeder... Bro, weiss, Ronaldo ist der Gold, so oft der... Weisst du, von dem her. Bro, was für ein Investment er hat gratis bekommen. Ja, aber eben, aber es ist so mässig so... Er soll es nicht jetzt verkaufen, auch wenn er in Geldnote ist. Verkauf den Scheiss nicht jetzt, trust me. Der Preis geht hoch, der Wert von diesem Shirt ist tough. Vor allem Hattrick gegen Tottenham. Bro, jeder kennt den Match halt, ich sage ehrlich, das ist, das ist tough. Ich bin der Besitzer vom Shirt, ich habe bereits Angebote von 25k bekommen. Mmmmm... 25.000, du! Chet! Messi oder Ronaldo? Kurze, kurze Frage. 7. Ronaldo, Ronaldo. Messi. Schür! Schür! Komm, komm! Jezer! Jezer! Haha! Yeeeeee! Fuck Messi, little bitch, ich sage ehrlich, ich hasse den Siech, Bro. Der Siech ist ugly. Der Siech legt einfach meine Eier auf, für jeden Gleis, der Messi, Bro. Er ist so ne kleine Bitch, alter. Und dann... Bro, er ist nicht so nice, Bro. Like, Bro, ihr tun ihn so da rauf. Ihr seid Loki, ihr saget sind dick, obwohl er so klein ist. Ihr knutelt euch an, um sind dick zu sagten. Bro, das ist crazy. 1,70... Bro, ich bin 10,10 Meter grösser als du am Anfang. Alright, dann haben wir hier ein Auto. Das Auto sieht irgendwie ein wenig Crack aus. Aber die Reife und die Felge sehen halt schon sexy aus, ich sage ehrlich. Es sieht halt schon, es hat schon etwas. Aber irgendwie, das sieht so mad alt aus. Die Felge sind ass. Nein, die sind schon, die kommen schon. Goofy ass car. Ich glaube, Rückbank ist clean. Ja, Rückbank sieht gut aus. Wenn du da ein wenig Sitz vorne tust, hast du so einen guten Space, so ein wenig Sitz. Trikot von Christi teurer als Auto. Ja, facts though. Du müsstest Loki in deinem Auto so richtig schwarz rappen und dann vielleicht noch ein paar Adjustments machen. so ein wenig Wind geht es. Ja, weisst du, ein wenig Tune. Und dann, eh, dann kommt ein kleiner, trust me. Roly Glitzer. Roly Glitzer. Okay, okay, okay. Was ist das für eine? Ist das Submariner? Ist das Submariner? Oder ist das a Day-Day-Day? Dayjust? Das ist a Batgirl. Was für Batgirl? Roly Batgirl. Gibt es das? Batgirl. Ah, das ist a Batgirl, eh? Rolex Batgirl. Was kostet das Stück? Das ist die hat 13.000. Ok, 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 ok monsieur. Du hast Cash, hm? Was ist zupend, alter. Ich sage ehrlich, ah, shit. irgendwann würde ich damit auch so kleine Rolexes an der Hand hab! Ja, ca Autumn. Es ist halt schon so... boah, es ist halt schon Motion, Bro! Wenn du so 20k an der Risse hast, alter. Wissen du, irgendeine Bitch ist, wer in so einer, sie dich abzupfen kann? Wissen ihr? Irgendeine Gjell, jeb dich so, wenn du dich so zusammen schiessen möchtest du einfach stehen? So, jetzt ist Ruhe. Tranquilo. So, komm, Ruhe jetzt. Weiter. Wollt ihr Box gesehen? Noch nie habt ihr Rowley Live... Nein. Kein Move würde. Trust, musst du einfach den machen. Fertig. Die Diskussion ist over. Ich könnte eigentlich kaufen, aber keine Lust. Sein 60 jähriger Arst denkt er an 20k, Alter. Man ist halt schon ass ab, Alter. Come on, man. Madison Beer hat die Flagge gehabt. Madison Beer hat die Flagge gehabt, hä? Falls ihr Beweis wollt, hit me up, I'm good. Ähm, yeah. LGBTQ-Type-Shit, hä? Ähm, yeah, ich will keinen Stress mit denen anfangen, von daher. Shoutout my LGBTQ brothers and sisters, hä? Shoutout aoi. Ähm, wassup Angelic Loop? Shoutout my dogs, du. Shoutout my dogs, du. Hey, hey, hey. Du bist schon, ey. Ey, shoutout my LGBTQ brothers. Na, what a pro, Alter. Zei, shit. Was heißt eigentlich LGBTQ? A lesbian, gay, bisexual, transsexual, transgender, queer. Hm. Intersexual, intersexual und asexual. Alright, alright, so. Ja. This is LA, this London City. I don't know, now I'm a cousin. Damn. Ist das real diamonds? Sind das real diamonds? God damn. All lives matter. Bro, was kostet, was kostet so eine Chain, Alter? Chat, ich will auch eine Chain. Ich will auch eine Chain, Bro. Das kann nicht, Bro. Irgendwie, das muss mad teuer sein. Aber das kann auch nicht so teuer sein, Alter. Okay, doch, da oben sind's am Dancen, Loki. Bro, isch am Shiveren, wenn Diamond Tester ein Pfulch. Alright, mein zweiter Auto, weissch. Bro, das isch nicht deins Auto, Bro. Es isch Militär-Type-Shit. Aber ja, es isch ein Eid, Bro. Was isch das da vorne? Sind das Bomben? Es sieht schon hart aus, ich sag ehrlich. Ähm, okay. Sein wertvollster Gegenstand ist seine Boxhandschen. Soldier of God. Haben die irgendjemandem gehört? Wo man kennt so, oder sind das auch deine eigenen? Eigenen, okay, 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 okay. Nein, isch valid, isch valid, isch valid, oh. Wenn du Boxen machst, ähm, ja, Bro, zieh durch. Bro, zieh durch, Bro. Word zu. Ähm, je, vielleicht wirst du mal ne next Champion, und dann kannst du sagen, je, man, äh, the boys came her, hat mich, hat mich motiviert, so, ich bin im Stream gewesen, so, Typeshit, und jetzt bin ich, jetzt bin ich ab, so, sag ich. Opa 450 pro Bar. Was, was sind das? Sind das Noctas? 450? Das sind dann 1350, oder? Ich sag ehrlich, die, die, die Sneaker Resellers, die machen schon behindert Cash, alter. Früher ist das auch so. Hure viel haben resellt. Das ist früher so, wirklich so, wie, wie Barber heutzutags. So, jeder hätte das wollen machen, weil das ist so quick money, alter. Aber du brauchst halt schon, ich glaube, du brauchst eben schon die Connections, dass es auch wirklich gut läuft so, weil wenn du einfach so, eins, zwei Kunden hast, so, und du kaufst so deinen Shit so im Titel, und, und flippst vielleicht so einen Schuh, und, und machst so 50 Stutz pro Schuh, oder ne, vielleicht so 20 Stutz pro Schuh, dann, bro, irgendwo leh, es lohnt sich nicht so, alter. Du musst schon, du musst schon logisch so ein bisschen gucken, alter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.